einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu meinem let's play mit axt und spirit of the north kapitel 5 den trailer der in den bisherigen folgen lasse ich diesmal an dieser stelle weg sollte euch der gefallen haben lasst mir gerne einen kommentar da dass ich den wieder mit rein nehmen soll dann mache ich das aber ich glaube der trailer ist eigentlich für twitch ausgelegt und der ist bei youtube nicht so gut deswegen vielleicht mache ich da immer mal einen anderen aber deswegen starten wir jetzt direkt rein in kapitel 5 ich bin gespannt falls euch nicht aufgefallen ist ich habe unseren rotfuchs mal in einem graufuchs verwandelt wenn man schaltet ja mit den segeln die wir befreien verschiedene skins frei und ich habe gedacht der graufuchs gefällt mir eigentlich ganz gut nämlich stehen doch mal mit rein so ich da gerade nicht was gehört ich brauche die kraft wo haben wir denn meine blume da oben ach ich bin doch vorbeigerannt jeder so sieht auch direkt viel besser aus oder ich finde er sieht richtig gut der rot hat aber auch gut sehr gut gefallen oder schwarz oder der graufuchs der sieht mal richtig gut aus so was hier passiert wo wir da was weitermachen wünsche mir gerne kraft da kann man nicht zurück haben wir hier nicht zurück ist ok ja gut ich hätte jetzt gedacht wir gehen in eine andere dimension oder so was rein passt schon wir werden schon blumen finden auf dieser seite hier aber erst mal schauen wir nicht dass wir wieder irgendwas übersehen nicht wieder dann ewig lang zurücklaufen muss immer darunter hier unten war nix ok leben aber noch mal einen kleinen flug nicht dass ihm dabei schlecht wird bin ich mal gespannt wie viele folgen wir jetzt heute aufnehmen müssen damit kapitel 5 endet es wieder so lang wird wie kapitel 4 oder so kurz wie die letzten kapitel davor aber eigentlich konnten wir ja nicht erwarten dass alle kapitel so kurz wie die 1 2 und 3 waren was haben wir hier haben wir hier einen stein oh ja hier haben wir wieder einen stein wir müssen eine blume finden wir müssen eine blume finden aber hier noch keine gesehen jetzt gerade da geht es wohl nicht hoch vielleicht doch oder ist da hinten was in der ecke ein blümchen ist nix entweder müssen wir weiter geradeaus und dann zurück oder wir müssen doch irgendwie an dem steinkreis vorbei ach guck mal deine ecke da hinten in der ecke fuchs auge sieht alles war jawohl jetzt da ist wieder sein wurf geschoss wo wir da durchfliegen und wer weiß wo es uns hinbringt ich habe erstmal hier vorne umschauen vor allen dingen da oben nicht dass wir irgendwo ein stäbchen übersehen ja ich wusste es da liegt nämlich ein stäbchen der alte herrlich bestimmt da oben irgendwo rote schleier des bösen das ist wahrscheinlich böse und ich weiß es ja noch nicht ganz genau hm aber hier liegt keiner oder hinten war nix mehr ne ja da hoch wird man nicht können unten haben wir auch keinen gefunden hallo hallo stäbchen es leuchtet wo ist er wo ist unser freund da oben wie soll ich denn da hochkommen hm 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 nein hallo auch jetzt schon von hier ist ja gute anderen für sich trotzdem gerne hochschmerzen das stäbchen haben wir jetzt eingesetzt aber vielleicht ist da noch was also auf jeden fall blümchen gut die brauche nicht wir haben unsere kraft aktiviert und wir haben wieder einen gefunden und keinen ausgelassen das ist immer noch der erste der ausgelassen ist wunderbar das ist natürlich die frage was wäre noch passiert hier vorne die scheinen wieder weg zu sein die kreise muss ich das noch mal aktivieren nicht dass wir das irgendwie brauchten dass das wichtig war dass wir dadurch fliegen oder es ist einfach nur ein schnelleres fortbildungsmittel probiert sommer aus ist ja also wieder verstecken blieben irgendwas video mäßig ist so erstmal in kraft holen hier vorne und dann machen wir einen rundflug es scheint einfach nur fortbildungsmittel zu sein okay hätten uns jetzt entscheiden können dazwischen okay ich habe die falsche richtung gewählt damit müssen wir dann wahrscheinlich drüber fliegen über die mauer aber das ist okay ich will mich sowieso noch mal hier umschauen nicht dass wir hier wieder irgendwas verpassen habe ich ja immer so ein bisschen angst davor ich habe keine lust eigentlich habe ich schon lust eigentlich habe ich schon lust das noch mal zu machen was echt ein cooles abenteuer ist hier aber ich habe keine lust dass im nachhinein das level was ich sowieso schon gesehen habe wo ich dann durchlaufe und denke okay das hast du doch schon gesehen das kennst du doch hier hast du doch alles abgesucht und dann guckst du in dem moment doch nicht richtig und findest das nicht mehr das geheimnis was du dann übersehen hast wie ich diesen ersten ich habe das erste kapitel noch mal versucht zu spielen im off ob ich den finde ich habe nicht mehr gefunden weil ich immer dachte so hier warst du doch schon ja da war ich ja auch schon aber trotzdem habe ich den ja da mal irgendwann übersehen ja ist ein bisschen schade aber ich werde mir das in ruhe noch mal irgendwann geben und wenn ich das dann habe dann werde ich euch wieder wenn ich noch mal ein extra video zu machen wo der letzte dann zu finden ist da geht es nicht hoch aber wir machen jetzt erstmal schön die story zu ende ich glaube das ist nämlich nicht story relevant das ist einfach nur für die skins freizuschalten wahrscheinlich kann ich den letzten skin dadurch nicht freischalten dass ich das nicht gefunden habe das ist in ordnung das ist jetzt nicht so wild hier scheint aber kein stäbchen mehr zu liegen oder mauer so hier das siegel ist zerstört deswegen müssen wir da auch über die mauer hüpfen hier kommen wir nicht durch ja deswegen müssen wir da über die mauer hüpfen weil in dem moment dann auch schnell sein okay wir noch mal eben umschauen nicht dass ich irgendwas hallo blume ich glaube wir haben alles alles uns zu genüge angeschaut hier ist kein stäbchen mehr ist kein armer geist der auf seiner ruhe wartet mehr das heißt wir können weitergehen dass wir können wieder zurückgehen wobei das rote kommt aber da richtig runter dahinten na klar das ist ja das gebiet wo wir waren das berührt da die erde und verseucht alles auf der anderen seite finden wir bestimmt auch kraft oder auf der anderen seite auf der anderen seite und noch mal zup wiii 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 schön an dem turm hier also bei dem turm brauchen wir jetzt wieder ne da kommen wir scheinbar nicht hoch oder ich hätte ja jetzt vermutet dass wir genau da dann jetzt wieder die kraft brauchen die ich mir vorher nicht geholt habe aber ne wem glück scheinbar schön wie der wasserfall da aus dem berghaus kommt ja schüttel dich erstmal mein freund jetzt gehen wir und gucken hier noch mal ein bisschen rum wie gesagt nichts übersehen hallo wo ist er ja hör mal wir gehen jetzt mal in die richtung ja sie will auf jeden fall da hinten auf die andere seite wir gehen aber erstmal in die richtung wir gucken erstmal hier nicht dass wieder irgendwas übersehen wird scheinbar kann man auch auf die mauer da würde ich natürlich auch gerne mal natürlich nicht runterfallen von der mauer das wäre suboptimal unten ist blümchen Moment das holen wir uns schön wie sie mich hier erstrahlt das geisterfüchschen ne das soll man nicht hoch dann gehen wir hier runter ja was hast du denn wieder entdeckt da vorne dann gehen wir mal gucken was er hat wenn du eben okay tust dr 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 Oh, shit. Oh, das war... Nee, doch nicht. Ich dachte, da wären Texturenfehler, aber nein, war kein Texturenfehler. War nur das Wasser, was so hochgewirbelt ist. Das in so einer felsigen Landschaft natürlich auch normal ist, ne? Drüben sind wir ein paar Blümchen. Hier ist wieder so ein Tor. Ist wahrscheinlich irgendwo... Haben wir wieder einen Stein? Ja, ich dachte mir das schon, aber wo ist der Stein? Ja, ja, wir müssen da rüber, aber hier muss doch der Stein sein irgendwo. Habe ich jetzt übersehen? Muss doch eigentlich ein Stein zum Aktivieren sein. Dass wir da rüber springen können. Okay, da hoch können wir nicht. Wir sind von der Strömung wieder abgetrieben. Das heißt, es muss eigentlich hier unten sein. Nein, 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 nicht komplett runter. Nicht komplett runter, nicht... Nein. Okay, vorsichtig mit dem Wasserfall. Das haben wir ja schon, aber wo ist der Stein zum Aktivieren von dem Portal? Wir müssen den unten übersehen. Muss ja, ne? Muss ja. Ich fahre nochmal ein bisschen mit der Achterbahn hier. Juhu. Ah, schütteln. Das kann ja nicht da drüben der sein, oder? Wir müssen ja nicht in Windeseile rüber, oder? Dann müssen wir den echt da hinten aktivieren, um hier rüber zu kommen. Ich habe jetzt hier keinen Stein gesehen. Wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich müssen wir zurück, das aktivieren. Und dann hier komplett richtig schnell drüber, weil das ist... Haben wir eben schon gehabt, dass es dann nach einer Zeit weg war. Aber ich weiß nicht, ob wir den Weg hier hoch schaffen, wenn hier oben kein Stein ist. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber hier oben ist kein Stein. Hier oben ist kein Stein. Da kommen wir nicht drauf. Nee, wir müssen da wieder zu Anfang zurück. Und hier schnell durch. Hier war auch nix, ne? Nee. Das zieht natürlich an der Zeit, wenn man das Rätsel nicht sofort durchschaut, sich noch umschauen möchte, um nicht irgendwas zu verpassen. Und dann endet es so, dass man... Oh, da ist der hier unten. Ist der Stein vielleicht hier unten, oder? Nee. Und dann endet es daran, dass man dann nochmal komplett den Weg zurück muss, um halt... ...das Rätsel lösen zu können. Aber das ist ja auch das Schöne an Rätseln. Dass der Weg nicht immer... ...100% offensichtlich ist. Aber weit zurück. Äh, hinten mal den Start tun, ne? Hätten sie aber ruhig mal einen Hinweis hingeben können, dass man hier immer weiter rennen muss. Oh gut, dann hätte man da oben den Stab auch übersehen. Das ist ja Quatsch. Nee, nee, das ist schon so gedacht, dass man sich umsieht. Da muss man halt zurückrennen, mein Gott. Und die DIA-Linie vor. Ich schüppfe einfach drüber. Gehüpf. 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 So, jetzt schnellstmöglich auf die andere Seite. Er schüttelt sich jetzt gleich nochmal, weil er zu lange schwimmt. Wir müssen, das ist schnell wie möglich hoch. Schüttel dich. Jetzt hoch. Muss noch aktiv sein. Nein, es ist nicht mehr aktiv. Jetzt ist es aber... Jetzt verstehe ich es wirklich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier in dieser Art und Weise weiterkommen. Nein, da kommen wir nicht hoch. Er möchte uns da nicht hochlassen. Übersehe ich was? Oh. Geht das von hier unten zu drehen? Was ist denn da drauf? Arbeitende Menschen und... eine Spirale. Also ein Tor. Eine Stadt. Und der Berg oder so. Was könnte das jetzt sein? Arbeitende Menschen... errichten eine Stadt. Und da hinten... Da sind wir. Aber wie soll ich da hinten an den Stein rankommen? Von hier vorne kann ich den drehen, aber ich kann den anderen ja nicht drehen, oder? Ich kann den anderen da hinten nicht drehen. Ich muss da schon hoch. Das ist so... Das ist so nicht gewollt, dass ich das von unten mache. Nein, nicht wieder. Komm nicht runter. Nicht wieder. Komm nicht runter. Es muss hier einen Stein geben, dass ich das aktiviere. Das kann doch nicht sein. Ich sehe aber leider nichts. Ich sehe leider nichts. Ich sehe leider nichts. Ich sehe irgendwas irgendwo aktivieren könnte. Da unten vielleicht noch. Schweres Rätsel. Ah, hallo. Ja, ist hier was? Da hoch. Ah, okay. Muss ich hier über den Felsen springen? Nein, hier kann ich nicht weiter. Kann ich da runter? Nein, da kann ich nicht runter. Das ist eine unsichtbare Wand hier wieder. Ah, nein. Mist. Oder gibt es hier vielleicht doch was an dem Teil, dass ich das übersehen habe? Was da hier vielleicht irgendwie absenken könnte? Ich habe echt keine Idee. Ich habe keine Idee, wie wir hier weiterkommen sollen. Das scheint es ja nicht gewesen zu sein, dass wir von hier... ...darüber mussten, oder? Nee. Hier ist auch nichts. Ist es da oben? Da oben noch ein Stein drauf? Aber wie soll ich da hochkommen? Da komme ich doch nicht drauf. Ich weiß es nicht, dass es könnte... Nee, ich glaube, es sind einfach nur Steine, die da oben drauf sind. Das ist kein... Nee, das ist kein Stein, wo schon was machen könnte. Nee. Hm. Was muss ich tun? Das ist hier tatsächlich die große Frage. Ich renne nochmal zurück, versuche das nochmal. Obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass es das die Lösung ist. Aber vielleicht habe ich es ja doch zu langsam gemacht. Vielleicht habe ich eine Minute zu... Da springen wir damit drüber. Als wir eben das falsche Tor genommen haben. Hm. Oder... Man kann nur eine gewisse Anzahl an Toren nehmen. Wenn ich das eine da auslasse... Das versuche ich jetzt mal. Wir lassen mal das eine aus. Vielleicht... ...ist es dann da hinten noch da. So, das da drüben lassen wir aus. Wir rennen jetzt hier gerade rüber. Wir rennen jetzt hier. schüttel dich, ja komm, wir haben noch mehr Zeit, wir haben ja so viel davon ich glaube nicht, ich glaube das ist wieder zu das Tor, aber das ist jetzt nicht am leuchten, oder? ne, das leuchtet nicht seh ich irgendwas ach Gott, sie kann da so rüber, ach Gott ach Gottchen, okay woher die Kraft oh, schon geschafft, super dafür sind wir jetzt hier ewig lange rumgerannt, Hammerhard also, ach, die Menschen haben es gebaut, der Fuchs hat es genutzt, okay, bei beiden war es das Tor ich würde es jetzt vielleicht so verstehen, dass die Menschen gebaut und gebaut haben, es gab einige Opfer, dann haben sie weitergebaut und es gab wieder Opfer, dann haben sie weitergebaut und es gab noch mehr Opfer und dann haben sie irgendwann ihre Stadt errichtet, so würde ich das Bild verstehen, oder, wenn wir es andersrum deuten, von oben nach unten, die Stadt hat viele Tote zu beklagen gehabt und die Menschen haben, und die Menschen haben was erbaut, hatten dabei auch wieder Opfer, ich weiß es nicht, schwer zu deuten, dieses Bild okay, hier geht es auch nochmal lang, da nochmal umschauen derselbe Weg, ne, es tut sich nichts, okay ich will da jetzt nicht wieder runter segeln das ist da oben oi oh, schön, geht es da auch so lang, oder? ja, da ist ein Tor oh, ist aber hier ja, so würde ich es sagen, genau so da muss ja noch einer sein, oder? da hinten der Berg jawoll okay, hier ist noch alles da da geht es jetzt aber nicht weiter, oder? ah, hier liegt wieder einer da hat man bestimmt noch irgendwo ein Stäbchen da mussten wir unten den Weg weiter, um das Stäbchen zu finden na, da müssen wir gleich wieder einen Fuchs hinlegen hmm, was ist denn das da? oh, wir steigen wieder auf oh, wir steigen wieder auf wir müssen noch irgendwo ein Stäbchen haben weiter Weg gewesen von da unten hätte ich jetzt nicht gedacht die sind wir eben hochgepft, genau die sind wir rübergekommen so, schauen wir mal hier den Weg leider lang gegangen wären nicht so aus ja, so aus, dass wir mal direkt da vorne hinkommen ne, zu dem Altar hmm 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 hier geht es wahrscheinlich nachher weiter ja, das ist das denke ich mir schon, dass das da hoch muss, aber hier ist ein Stäbchen drauf hmm hmm oh oh okay Da könnte ich auch so lange ohne Tor Naja, hier einen Steine aktivieren Da haben wir noch einen, wir haben hier vorne ein Problemchen gehabt, jawoll Hm, das sieht da vorne wieder aus War der eben schon aus, oder? Ja Ui, schöne Sache Der letzte Aufstieg Was haben wir jetzt? Mit F Wow Schöne Sache Wenn wir dann da rein rennen, dann sind wir super schnell Aber ich würde das Stäbchen gerne finden Oder ist das Stäbchen da oben drin? Wäre natürlich auch möglich Dass das Stäbchen hier drin ist Und wir so reinkommen Und da ist das Stäbchen Sehr gut Hoppala Schöne Sache Cool Extrem cool Hat man hier durch das Stäbchen gesehen? Ne Okay Aber den Menschen hier Einen weiteren gefunden Let's go Let's go Hm Hm Reicht nicht aus Sobald ich die Plattform verlasse, schwebt er nicht mehr Sobald ich die Plattform Oh 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 Okay Können wir das auch mit ihm? Ne Ich muss Ich muss da als Geisterfuchs drüber, oder? Äh Ne Es ist Wenn er fällt, dann ist es schon zu spät Musst du als Geisterfuchs drüber Äh Falscher Knopf Äh Zu spät Schwieriger als es aussieht Okay Hey Jetzt muss ich mich beeilen Hier Kraft abgeben Und jetzt öffnet sich die Tür da, oder? Hoffentlich 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 Ja Sehr schöne Sache Sehr cool Ein bisschen Kraft tanken Oh Die Tür hat sich wieder geschlossen, okay Kontrollpunkt Und damit würde ich sagen Endet hier Kapitel 5 Teil 1 Wir haben uns doch schon gedacht Es Die Storys werden länger Und deswegen Werden auch die Teile hier in der Folge länger Ich kann natürlich die Folgen nicht noch weiter hinaus ziehen Das dauert das mit dem Hochladen länger Und natürlich soll auch ein bisschen Spannung dabei bleiben Wir haben jetzt hier einen schönen Speicherpunkt ange Äh Sind hier einen schönen Speicherpunkt angekommen Und In der nächsten Folge sehen wir wie es weiter geht Freue mich drauf Schaut euch gerne wieder rein Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da Abonniert den Kanal Das ist bei YouTube kostenlos Und wenn ihr die Glocke anklickt Dann seht ihr auch immer wenn ich ein neues Video hochlade Ihr könnt auch gerne in der Videobeschreibung auf meinen Discord Link klicken und drauf kommen Dort seht ihr auch immer wenn ich ein neues Video hochlade Und ihr seht auch meine Twitch Livestreams Der Link für meine Livestreams ist ebenfalls in der Videobeschreibung Ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend Oder einen schönen Tag Je nachdem wann ihr das Video schaut Tschaui